Was soll das denn? Halt! Das ist meine! Na schön, du Witzbold! Dann kaufe ich mir eben neue! Und glaube bloß nicht, dass mich dein Großschweigen in irgendeiner Form beeindruckt! Dich mal nicht reden hören zu müssen, das ist ja geradezu wie Ferien von der Hölle! Ach ihn! Übrigens, Thomas hat gegen dich gestimmt, nicht ich! Du Schwan! Ach ihn! Sie hast du noch vergessen! Du Schwan! Du Schwan! Du Schwan! Du Schwan! Du Schwan! uche Untertitelung des ZDF, 2020